Heute ist mal Zeit für Optimismus. Nicht, weil wir einen weiteren Tag ohne deutsches Spiel haben bei der WM, sondern weil das Wetter echt gut ist in den meisten Regionen und selbst dort, wo es etwas drüber ist, dem können wir doch auch noch etwas Positives abbringen. Also Eistüte in die Hand und Sommerwetter genießen, so heißt das ja in den meisten Regionen von Deutschland schon in den vergangenen Tagen. Und da machen wir nämlich heute genau weiter mit sehr viel Sonnenschein bis zu 17 Stunden. Die gibt es im Nordwesten. Das ist das Maximum, was wir zu dieser Saison, zu dieser Jahreszeit haben können. Und dementsprechend auch das meiste, was es gesamt im Jahr gibt. Im Süden, da wird es ein bisschen schwieriger. Vor allem hier in der Mitte, da ist es den gesamten Tag über sehr, sehr grau. Und erst später kommen wir dann noch so auf zwei, drei Sonnenstunden. Viel mehr wird da nicht drin sein. Und hier regnet es anfangs auch noch ein bisschen. Das Ganze zieht sich dann langsam nach Süden zurück. Da ploppen dann hier und da nochmal ein paar wenige Schauer auf. Es bleibt dann aber meist trocken. Aber auch wenn es regnet, keine schlechte Laune haben, denn dieser Regen ist unglaublich wichtig für die Natur. Da wird auch in den nächsten Tagen nicht mehr viel dazukommen. Und dann müssen wir genau das machen, auch im Süden. Im Norden kennt ihr das schon. Wir müssen sehr viel gießen. Also schauen wir in den Süden. Die Wolken, wie gesagt, noch relativ dicht. Zum Abend wird es dann immer freundlicher. Die Temperaturen an den Alpen um 20 Grad bis zu 31 Grad, die gibt es hier schon im Rhein-Main-Gebiet. Und bis zu 30 Grad, die gibt es auch im Norden, wie man das an Düsseldorf oder Berlin sieht. Nur direkt an der Ostsee. Da ist es etwas kühler. Hier dreht nämlich der Wind langsam auf Nord bis Nordost. Und wenn wir uns mal die Wassertemperaturen angucken, die hängen da zwischen 17 und 19 Grad. Dann ist es nicht verwunderlich, dass die Temperaturen, die Lufttemperaturen direkt an der Küste nicht sehr viel höher sein können. Der Vollständigkeit halber gucken wir mal noch an die Nordsee. Da sind die Temperaturen etwas niedriger, zwischen 14 und 17 Grad. Also wer hier ins Wasser gehen möchte, der sollte sich warm anziehen.